So, damit herzlich willkommen bei... Es ist wieder Tag, Minecraft. Ina ist es gerade am Rändern, aber sie ist noch vorhanden. Ja. Und sie kommt auch gleich wieder, hat sie gesagt. Und ich baue ihr gerade eine Hütte. Wie lange braucht es noch? Irgendwie... Ja, wird das. Das wird was. Das wird was. Und bei dir so? Hörst du mir überhaupt zu? Doch, doch, ich hör dir zu. Aber? Du hast jetzt gerade nur abgehackt. Was? Er sagt jetzt hier noch vier Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten. Läuft bei uns. Kommt ganz schön ein schwitzendes Programm hier. Ja, das ist gut. Das ist gut. Da bin ich ja mal gespannt. Dann könntest du es ja eventuell auch in die Dropbox packen. In meine Dropbox. Und dann kann ich mir das selber runterladen. Tja. Oder wie gesagt, du bringst es einfach in zwei Wochen mit. Weil bis dahin habe ich das bestimmt noch nicht gerendert. Hier, das... Die Aufnahme hier. Ja. Ich habe ja nichts mehr Urlaub, ne? Ich habe jetzt schon voll viel vor wieder, ne? So, wie sieht das jetzt hier aus? Noch ein bisschen. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie wir dein Haus gestalten. Das sieht eigentlich... Das gefällt mir so ganz gut. Aber ich würde noch einen nach hinten gehen. Und dann, äh... Werde ich den Boden noch schnell rausreißen. So, dann gucken wir noch mal. Wegen der Tür muss ich gleich auch mal gucken, da ich das gerade so ein bisschen schräg gemacht habe. Muss ich gleich mal wegen der Tür gucken, wie ich das da am besten gleich mache. Am besten hier die Tür rein. Oder hier die... Hier die Tür will eigentlich ganz gut. Hm. Abwarten und Tee trinken. So, Boden ist rausgerissen. Dann gehe ich mir jetzt mal eine Axt bauen. Ja, nehme ich momentan keine. Und, äh... Werde dann mal Bäume fällen. Du hast, äh... Die Larnwelt ist offen, ne? Also du kannst ruhig nachkommen. Soweit du, ähm, fertig bist. Und die Tee's sind an. Du kannst dich also auch direkt zu mir hin spawnen. Und dann kannst du, glaube ich, äh... Ich muss gleich mal gucken, ob du das noch kannst dann. Dann könntest du nämlich eigentlich auch direkt drin bleiben. Dann kannst du zwar rumfliegen, ich nicht. Aber du kannst, glaube ich, trotzdem dann abbauen, weil ich ja den Kreativmodus nicht angemacht habe. Sehen wir ja gleich. Gucken wir gleich mal. Ups, jetzt habe ich mir die Tür zugemacht. Seit wann ist hier Wasser? War hier schon immer Wasser? Mysteriös. So. Bei mir ist er jetzt fertig. Ja! Jetzt guck ich mal. Bin ich ja mal gespannt. Ich bin grad Holz am Hacken. Das ist knapp ein Gigabyte. Ja, das könntest du mir dann quasi schicken. Ähm... Machen wir mal die Tage. Müssen wir nicht heute machen. Können wir... Gut. Können wir auch die Tage machen. Oh, Schätzlinge! Ups, ich komme ja nicht hoch. Mein Gott. Yay, da bist du ja wieder! Ja! Ja! Bei den Hühnern mit dem Löwenzahn und dem Ei. Oh Mann. Ich hab schon ein Scharf hier. Ja, du kannst dich jetzt zu mir hin teleportieren, wie gesagt, ne? Ja, dann machen wir das mal. Du musst doch nur... Du musst nur die Teats anmachen bei dir dann. Also die Fähigkeit, dass du teaten kannst, musst du dann noch eingehen. Was? Jetzt warst du wieder weg. Was? Jetzt warst du wieder weg. Du musst nur noch eintippen, dass du teaten kannst. Das hatte ich gesagt. Was? Was? Ich höre nur, du sagst, du musst nur noch eintippen und weg. Ja, so richtig. Du musst nur noch eintippen, richtig. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, aber ganz schlecht. Also immer dieses... Wollen wir eben switchen? Ja, wäre vielleicht besser. Ich meine, wir sind jetzt eh nicht mehr so... Ja, gut, dann... ...viele Stunden dran. Dann switchen wir eben von TS auf Skype. Kleinen Moment, wir sind sofort wieder da. Um... So...